Supermontani ist am Start Nein, ich habe keine In-Ears Sonst kannst du die wenigstens nutzen mit dem Mikrofon noch Was ist denn los? Dein Headset ist gebrochen Gerade? Nee, gestern Hast du zu sehr getiltet oder so? Ach, hat die Klappe Hast du das irgendwie hinter mir zu planten? Wenn du noch ein Stück weiter reingehst Hier ist der Jäger Ich plante Der pusht, der pusht, der pusht Der kommt, der kommt Simon pristen und raus 5 HP, wenn überhaupt Was war das denn? Was war denn das? Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Was war denn das? Was war denn das? Oh Gott Was war das? Was war das? Fuck Oh, heils auf Ah, wollte jemand im Run outen? Nein Reinforcen Achso, echt? Ja Ja Da hat Buck aufgemacht Buck ist tot Fuse ist auch tot Oh, da hat er mal ein Mord bang Ob das der ist nach oben? Da kann er durch die Couch durchschießen Ash ist auch tot Waffe auf Machst du zu dir oder lieber nach hinten? Bandit gescannt Da drin oder was? Ne, davor Ne, unten vor der Tür Der Kild hab ich erwischt Du musst nur nach hinten in eure Richtung nach Osten Rausen Du bist angewischt Komm von hinten Simon Jo, hier los der ist wahrscheinlich jemand irgendwo Ja Einer war in Wiese, ist gerade rausgelaufen Wir haben noch Dings, Ash Ähm Keine Ahnung Ja Bei mir Ich bin auch ein Ding Schön Umläuft glaube ich vom Sound her Spiral Ja, ist unten bei Spiral Macht die Tür gerade auf Hat die Kamera gesehen Ist da Cafeteria glaube ich Nee Ja, ne Türe jetzt, zumindest Höhen Huhu Sehr schön Ich wurde gespottet Ja, hinter uns ist ne Bulletproof Bulletproof kaputt Simulier doch in die Tür Geh doch Fisch die Tür rein Ja Ey du hast eine verdammte Kamera Läupt 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 Puh Ich dachte schon das wär meine Case Das wär unverlässig gewesen Guck dir das an wie Whisky das war Boah Das war nicht Whisky Das war einfach Das war einfach kalkuliertes Risiko Drohne bei uns So vier Kommt runter Ja, stimmt Noch einer Obens der ist Hast du den? Nee, hast du nicht, ne? Ja Papier Ja Und Und war wer war das war okay ich habe auch keiner gekommen ist und die gepusht hat ich war gerade oben auf der treppe ich habe aber schon vor einer minute gesagt dass sie da ist ganz ruhig passt noch eine polize ich habe nur noch ein hp ich darf mich nicht bewegen er ist auf dem anderen spot er ist auf a er ist bei a da ist eine andere eingangstür an der eingangstür direkt kannst du planten simon wenn bedarf ich nicht kommt kommt direkt an den kursen direkt meeting hall entrance von vorne das war's der licht ach kacke die an den defuser gerollt ja eine ist gerade durch die tür ausgetippt stand auch irgendwo noch eine claymo gerade ja die unten war die meeting hall tür ausgerannt zur ostseite schade so schön gemacht simon hätte eigentlich mit einem bönen belohnt werden müssen auch ich da die so es sie sie ihnen sie Bis zum nächsten Mal.